Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. US-Küstenwache entdeckt vermisste Schiffbrüchige auf abgelegener Pazifik-Insel. Gerettet von Einsamkeit. Vermisste Überlebende von Schiffsunfall in Pazifik entdeckt. Gerettet von Einsamkeit. Vermisste Überlebende von Schiffsunfall im Pazifik entdeckt. Eine spektakuläre Rettungsaktion veranlasst die Welt, aufzuatmen, nachdem vier vermisste Schiffbrüchige auf einer abgelegenen Insel im Pazifik gefunden wurden. Auf einer unerforschten Insel im Südpazifik, weit entfernt von den traditionellen Schifffahrtsrouten, wurden vier Überlebende eines Schiffsunfalls entdeckt, der vor drei Monaten stattfand. Die Nachricht von ihrer Rückkehr hat Hoffnung und Freude in die Herzen von Menschen auf der ganzen Welt gebracht. Die Vermissten, deren Identität aus Gründen der Privatsphäre derzeit nicht offenbart wird, verschwanden nach einem mysteriösen Unfall, bei dem ihr Schiff sank. Nach intensiven, jedoch erfolglosen Such- und Rettungsmissionen waren die Hoffnungen auf ihre Wiederauffindung nahezu erloschen. Ihre unglaubliche Entdeckung fügt der Geschichte nur mehr Erstaunen hinzu. Das Überleben auf der Insel, die wild und anscheinend unbewohnt ist, hätte unmöglich erscheinen können, wenn nicht für das Training und die unermessliche Entschlossenheit, die das Quartett gezeigt hat. Die Schiffbrüchigen konnten dank einer zufälligen Begegnung mit einem vorbeifahrenden Frachtschiff entdeckt werden. Der Frachtkapitän bemerkte ungewöhnliche Signale, die von der Insel kamen, und beschloss, näher zu untersuchen. Nach der Entdeckung der Überlebenden wurde sofort eine komplexe Rettungsaktion organisiert, um die Schiffbrüchigen sicher an Land zu bringen. Die Überlebenden erhalten derzeit die notwendige medizinische und psychologische Unterstützung und sind überglücklich, wieder mit ihren Familien vereint zu sein. Diese erstaunliche Geschichte wird zweifellos über die Jahre hinweg erzählt und erinnert uns daran, dass trotz aller Widrigkeiten Hoffnung und Ausdauer triumphiert. Autor Anita Farke, Donnerstag, 11. April 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.